Die Daten des Individuums sind unantastbar. Die Daten des Staates nicht. Godspeed sind mehrere spektakuläre Einbrüche in Big Data Systeme gelungen. Lufthansa, Deutsche Bank, Telekom. Wir können nicht zulassen, dass die Bundesrepublik Deutschland schutzlos ihren Feinden ausgeliefert wird. Hiermit möchte ich Sie zum offiziellen Start unserer Mission willkommen heißen. Geboren aus die Illusion, wo ich bin, ihrer kommt. ...eine Explosion in der Erdbühne in der Texas City in Westen gestorben. Eine heftige Explosion in 7000. Was ist denn das denn? West, Mark West, BKA macht für die Außeneinsätze und so. Moment mal, glauben Sie, ich ziehe eine Schau ab? Dass das Loch im Kopf nur ein Bluff ist? Ist das echt? Eine perfekte Simulation. Manchmal höre ich Stimmen wie ein Verrückter, aber ich bin nicht verrückt. Und was tun wir jetzt? Wir wecken ihn auf. Put the fucking gun down! Kopf runter! Wenn ich schon sterbe, will ich wenigstens wissen wofür! Will das Notland? Ich wiederhole mich für das Notland! Meine Daten sind Gesetz!